Seid gegrüßt Ladies und Gentlemen, mein Name ist Deadpool und für euch kennen wir wahrscheinlich als den rücksichtlosen Massenerder, der Quake auf andere Leute gibt, aber heute ist das anders, denn heute am 28.05. feiern wir den Amnesty International Day, in dem es um die Menschenrechte geht. Und auch ich, Deadpool, habe mir gedacht, es ist endlich an der Zeit, den Menschen mal was zurückzugeben. Viele von euch im Schauern kennen wahrscheinlich das Problem, ihr seid fett und hässlich und ungewaschen, seid ein bisschen belastet, weil ihr wahrscheinlich nie in die Sonne geht und habt vielleicht auch eine Glatze. Diese 5 Gründe sorgen dafür, dass ihr niemals von einem Spielbetel recht schön flach gelegt werdet. Aber heute ist das anders, denn ich, Deadpool, sage an diesem weltweiten Feiertag, FICK DIE DIE DICKEN!!! Oh shit, he's throwing the Tummies at me again! I love the Tummies! Ok, wir haben Fokus-Lean. Oh shit, ich hänge fest, ich hänge fest, ok. Alles gut! Ja, der T-Hitbox! Baaamm! Oh oh, kurz mal ein bisschen... Da oben schießt doch noch einer auf mich! Wie an sich ist das denn? Aua! Ok, wir müssen mal kurz ein bisschen... Warte... Grenadz! Ich weiß nicht ob das jetzt so gut war, aber... Fick die Hitbox! Okay, 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 wir ficken die Dicken! Wir ficken! Wir ficken! Scheiße! Ich hab mich dagegen teleportiert! Oh Gott! Ey! Fuck, 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 lass mich hier! Nein! Ich werd jetzt nicht sterben! Gib mir mal nichts zu tun! Fick dich, Dicke! Yo, wir haben einen Dicken! Wir haben zwei Dicke! Und weißt du was? Weil du der letzte Fettsack bist, wirst du richtig schön geschnockt! Juhu! Bam! Komm her, du! Der Skolter! Äh, das Geld! Woopsie! Und... Down! So, wir werden die Fettsäcke richtig schön gefixt! An diesem... Nationalen... Feiertag! So! Whoopsie! Just name our videos! Ahh, n. Fuck, run! So, wir können blotten! BAMMMM Ba-dam mm, ba-dam skinnersam Ba-dammm bam ba-dam Ba-dammm. BeimýchBan Schcourse. Dinas naming sch observe, �� Positive C Charge. Yoink! Seix! 且... theories mess bang! Kann ich auch sagen, hier oben zu springen? Kann ich auch sagen, zu blocken? Kann ich auch sagen, zu blocken, hier?! Baum, bau, 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 bau! BUAAMM! Also die blocken einfach alle! Okay, haben wir! Alter! Ich hasse das, wenn sie jetzt sind Meine Fässer Ah! Was 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 was? Sorry, setz mal kurz vor. Ich hab äh... falsche Schatten gerückt. Das wollte ich nicht. Ja, guck mal, wenn die nicht blocken, machen wir viel mehr Damage. Bambababam, ich mach diesen Angriff. Oh shit, da ist so ein Boy. Den müssen wir beim Becken machen. Dann brauchst du blocken, äh abzaubern nicht. Da 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 da! Ninja Slice and Dice Attacks! Ich muss sagen, die Katanas finde ich am besten bei großen Menschenmassen. Weil wir uns einfach viel schneller damit bewegen, äh die Katanas auch schon nicht. Weil wir uns mit denen einfach... Ich fäng gar keinen schaden, ich bin spiel gar richtig Dodge Master. Weil wir uns mit denen am sch... schade. Ich vergesst was ich gesagt hab. Aber wir müssen uns mit denen einfach am besten verwinkeln. Am schnellsten. Nope, you won't. Schade. Alter. Meine Fresse. So. Von wo? Wo schießt der? Ähm... Ich Genius hab übrigens den Timer nicht angemacht. Aber es ist egal. So kennt man mich. Ah, von da oben. Walking here. Got a nothing clue. Ja, wo denn... Alter. Kann ich hier raus... Oh. So. You look familiar. Did I spin you like a Beanie Propeller? Uhuh. Pommel horse! Alter, die Komos sind Real, da kommt nicht zum Zug der Huhlen ход und so.. B series. W-y-y-y-y-y. Nein hetic notch du korrekt du korst bau 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 jetzt征 we're done ok we have it ok So, das werden wir noch brauchen. Juhu. Da 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 da. So, das habe ich noch die Kartanas genommen. Da habe ich nicht alles toll. Kann man auch blumen lassen, dann bin ich wieder dabei. Oh, shit. So, Scyz sind doch besser. Den Scyz komme ich momentan am besten klar, weil ich damit, äh, mich viel schneller bewegen kann. Oh Gott! Oh, oh. Kann ich hier runter? Ja. Okay. Äh, ich versuch mal kurz ein bisschen zu regenerieren. Scheiße, hat mich noch getroffen. Ah, fuck. Ähm, ähm, das Ding ist, ich werde permanent angeschossen. Und kann mich deswegen nicht regenerieren. Außerdem ist diese kacken Bitch noch hinter mir. Und die anderen hier auch. Okay, ich habe ein bisschen regeneriert. Okay, einer ist down. Au. Da ist der Huren so... Ja, komm doch! So ein Arschloch! Er läuft einfach weg. Äh, ich war trotzdem schmerzt. Ah, so, Spaß. Okay, ich nutze mal ganz kurz die Zeit, um den Temer noch zu machen. Äh, sorry Leute, dass ich das mal wieder vergessen habe. Aber so kennt und liebt ja euren Dapp, huuuu. Der sexy Motherfucker. Okay, ich rechne da jetzt einfach mal, keine Ahnung, so 5 Minuten drauf. Ernsthaft?! Ich muss hier wieder... Ich muss hier wieder anfangen. Das ist jetzt nicht sein Ernst. Ich muss hier wieder anfangen. Ich muss hier anfangen. Oh, oh, shit. Zu nah! Zu nah dran, zuuuh nah dran. Zu nah dran. Zuuuh nah dran! Äh, wo ist es? Aua! Da! Warum sind die so schnell? Wow, hallo du Schwabbelboy Hässlicher, belasser Fettsack Warum geht er nicht down? Hallo, warum schieß ich denn nicht? Danke Ich bin nicht sicher Duh! Oh! Wicker! Krass ihn in die Dothnot! Das ist nicht ein Baitball! Oh! Oh! Immer schön dodgen. Autsch. Oh oh. Da wollte ich mich nicht gegen teleportieren. Ich geh nochmal hoch. Oh oh. Ich finde es übrigens ein bisschen fies zu sagen, dass ich das alles in einem Run machen muss. Und hier kein Kontrollpunkt war. Irgendwo. Aber wir kommen weiter. Den ficken wir jetzt so. Und den ficken wir jetzt auch so. Die dicken werden... Aua. BAM! Schön gefickt die Spacken. Ah ok, da waren die Gates. Wie viele Sinister-Klone kostet es, um zu töten zu töten? Vielleicht habe ich hier so einen kleinen Vorteil. Dass die hier sich so ein bisschen gegenseitig blocken. Aber es scheint ehrlich gesagt nicht so. Huuuuh. Schli-schli-schli-schli-schli-schli-schli-schli-schli-schli-schli-schli-schli-schli-schli-schli. BAM! Ich bleibe einfach mal hier. Alles gut. Bzzz-Goo-choo-choo-choo-choo. Da sind sie schon, die Boys & Girls. Au. Vielleicht habe ich den Schildbäu besser rausgekriegt. So, das wird zauber. So, Schildboi ist da, Schildboi ist da, das ist gut. Oh ne, ich habe es nicht verstanden. Du hurensohn, du hurensohn! Badadadaada! Scheiße! Scheiße, nicht so gut. Wuhu! Got it? Ein bisschen Munitionen nachtanken. Ah, ich glaube ich muss mal rausgehen hier. Hallo! Wo sind denn die Menschen? Okay, ich muss da jetzt hoch, glaube ich. Habe ich jetzt schon so viele Dauner, bin ich schon weiter als das letzte Mal? Ah, ich glaube nicht. Jetzt mal aufhören zu blocken, du Schwasti. Das ist gerade echt mein Lieblingsangrupp, obwohl der auch ziemlich cool ist. Okay, haben wir. Wo? Wo? Ach, von da oben. Ähm, doch. Ah, shit. Jetzt sind hier wieder so viele. Das wird ein bisschen tricky, aber wenn wir unsere Combo weiter durchkriegen, dann könnte das ganz gut werden, zumweil wir jetzt gerade wieder unser Momentum auch angriff haben, wie wir die falsche Richtung gemacht haben, weil er sich anders als sonst dabei nicht drehen konnte. Scheiße. Aber wer braucht schon... Scheiße. Der Momentum angriff? Boah, dass hier auch alle so unglaublich viel aushalten. Ich muss noch mal runter springen. Scheiße, ich komm hier nicht runter. Fuuuuck. Fuuuck. Fuuuuck. 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 Okay, ich will das aber jetzt schaffen. Äh, wird vielleicht eine längere Folge. Das ist so asozial. Das ist so asozial. Das ist so asozial. Oh, falsch, falsch. Falscht hast du. I hate dem! So fucking viel aus Ding. Und, eh, warum... Man, schießt denn nach Teleport nicht? Da bin ich, ich seh nichts. Ja, geil. Ja, okay, das war nicht der beste Teleport den ich hier gelegt habe. Das war knapp. Das Problem ist halt, dass nicht permanente Bewegung sein muss. Oh oh, Sackgasse Sackgasse! Fuck! Woah! Warum bist du so nah dran? Warum bist du so nah dran? Boah, Alter. Kann das nicht dodgen. Sind die Wunen dagegen? Nein, so. Okay, einer ist da. Das ist voll scheiße, dass hier so viel Kacke im Weg liegt. Nur wenn man sich hier mal gegen teleportiert. Baaah! Das ist nicht möglich. Öffne die Kacke und raus die Klonen! Wie viele Klonen schädigte Klonen braucht es um zu töten zu töten zu töten zu töten? Uh, ein Millionen? Haha, trinkt du. Du kannst nicht töten zu töten. Du kannst dir die Hände zu töten. Fertig! 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 Okay, die haben jetzt mal... Hallo? Was ist denn los hier? Warum verkack ich grad kriegt diese Bastarde? Okay, regenerieren, regenerieren, regenerieren Oh, Turnaround! Alter, f***t euch! Ja, so, den hab ich jetzt gleich Wenn mich der andere nicht unterbricht, hab ich jetzt ne Kombo, wo er nicht mehr blocken kann Alter, diese Bastarde, ey, ich hasse dieses kacke Block, ey Wee, ich bin ein Arschloch! Hit&block, 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 hit&block Stirb doch jetzt! Warum bist du so kack tanky, man? Ja, diese scheiß Klappe macht das auch nicht besser Okay, ich muss gleich meinen Momentum-Angriff gegen den schilden Typen durchkriegen Jaaa nice , nice , N line Mauled Bitches Rot gekleidet schlecht gelaunt Gewaltbereit und schlecht zu Frauen Heute Nacht fließt Blut wie im Cartoon Der tool was ist ein Handwerk Wer das nicht den erkennt hat kann der natürlich einen Like erlassen Oh Gott hat� mich auch schon schon an Oh, ihr müsst keinen Like da lassen, dann könnt ihr auch mal einfach einen Kommentar sagen, HUUUH, ich kenn das Lied! Das ist ein sehr geiles Lied, ich hab's gerade mal ein bisschen umkomponiert. Lalalalalala! Du seid bemerkt mit der Mouth, und ich sing, während ich töne! You fucking little bitches! Stop block! Fuck you! AAAAAAAA! Alter, meine Finger! Meine linke Hand tritt gerade richtig durch! Ich komm nicht mehr klar ey, AWA! Was?! Ah, ich hau den mal kurz ab ey. Ah, ich komm auch. Wir machen das jetzt so! Es geht deutlich schneller! Das Gefühl, irgendwie sind Schutzwaffen hier ziemlich okay. So. So, wo ist der andere da? Perfekt! Super! So, jetzt gehe ich mal wieder hier rein. So, jetzt gehe ich mal wieder hier rein. Jaaa, hier habe ich ihn! Predictable! Scheiße! So. So. Jetzt geht es nicht so! Wenn du dich nicht mehr klingeln würdest, bin Sie auf Sendungsschninn! Ich werde sowieso nicht zuerst für meinen Verklungen! Ich komme gleich wieder runter, die mencionen zu mir. Danke. Es kommt dein Bock drauf! Komm zu Papa! Danke! Dass sie einen auch immer umzingeln müssen! Fuck you! Fuck you! Du blockst so gut! In the end! It doesn't even matter! Cause I fucking kill you all! Vielleicht helfen mir diese Boys ein bisschen weiter. Ah, animation time is zu krass lang, Alter. Yo! Alles klar! Animation time is zu krass lang! Hier, kann dich nicht lang! Oh, 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 oh! Äh, bitte entschuldigt, wenn ich mal kurz weglaufe. Aber ich möchte nicht noch einmal komplett von vorne anfangen. Weil es gerade eigentlich... Ei! Sehr gut! Ja, komm, wir machen noch die 100 voll. Danke! Ja! Die Katanas enttäuschen mich nie! Bam! 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 Tsssss! Daaaaaaam! Fick dich, du Hurenkind! Sehr gut! So, habe ich da schon mal welche weniger? Aber ich glaube, ich muss jetzt hoch, ne? Die kommen nicht mehr zu mir. Na gut, äh... Warte, wo geht's hoch? Warte... Warte! Äh, ich kann ja nicht hoch! Oh, shit! Wollte nicht die Munition verschleinen. Dann musste ich's wohl durchs... Ah, da ist noch einer! Hallo! Na, du kleiner Bastard! Oh, nasty Slide! You should have used the Five-Eye! Coole Schwerter hast du da! Ah, meine sind besser! Meine Katanas! Yes! So! Okay, das war glaube ich ganz gut. Wir haben hier schon ne Menge erledigt. Aber ich geh jetzt mal... Oh! Das nützt ja nichts. Wir werden auf jeden Fall noch Bitches sein und Schiesser. Also... Grenade! Alter, das ist echt uncool! Die schießen von überall auf mich! Ich kann nichts dagegen machen! Was soll ich denn dagegen machen? Ich geh mal hier rein zum... Oh, shit! Da ist ne Bitch hinter mir! Okay, zum Glück regeneriere ich schnell! Okay, das ist ganz gut, dass sie mir gefolgt sind. Dann kann ich die hier schon mal ausschalten. Ja, diese Weglauf-Taktik ist zwar ein bisschen... Peinlich, aber... Na, das war nicht so eine gute Grenade. Muss näher ran. Dann kann ich noch mal hoch. Ich glaube, ich geh nochmal hoch. Okay, jetzt schießen schon mal nicht mehr so viele Leute auf mich. Das ist ganz gut. Upsi, 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 Upsi! Yo, 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 yo! Ruhig bleiben! Ruhig bleiben! Ich komm hier nicht runter! Ruhig bleiben! Oh, fuck! Oh, fuck! Upsi, es schießen nicht mehr so viele Leute auf mich! These are bullets! I need these! Give me that! Weißt du was? Weißt du was? Weißt du was? Weißt du was? Ich mach mal kurz den Sound aus. Und... Dann werden wir nochmal was upgraden. Wir haben 29.000. Ich weiß nicht, ob es was bringt, mir diesen Spaß zu kaufen. Ich würde eigentlich ganz gerne... Das können wir über eine Spielerverbesserung noch machen. Absorbiert Schaden von Treffern, die deine Kombo brechen. Absorbiert Schaden. Aha. Wirst du den Angriff Q bei der Ladung um 10 Sekunden um besiegbar zu sein? Das würde ich eigentlich ganz gerne machen. Das ist auch langsam wichtig. Deine erste Leistung mit dem Schaden angriffen und richtig 10 Sekunden lang doppelten Schaden. Also ich nehme das auf jeden Fall. Die Anzahl aller Wurf verbirgt... Naja... Deine Gesundheit... Ja, das auf jeden Fall. Und das auch. So. Mehr sollten wir uns nicht... Wir können uns noch mehr leisten. Verdoppelt die Häufigkeit von zusätzlichem Momentum. Gehört das zusätzlicherhaltende Momentum um 50%. Du erhältst einen kleinen Momentum-Bonus, wenn dein Gegner deine Kombo beendet. Ja, aber das ist jetzt besser. Bei jedem 10. Treffer, bei jedem 5. Treffer müsste das dann sein. Das ist ganz gut. So, jetzt haben wir aber definitiv keine Kohle mehr. Ähm... Turm wieder anmachen. Ich hoffe, das war jetzt eine gute Entscheidung. Ja, so wird das reichen. Ich hoffe, das war gut. Gut, Leute! Kann ich vielleicht... Nice! Von hier jemanden ausgeschaltet. Ich kann dich nicht zu spüren. Aber da sind noch welche. Aber da sind noch welche. Wir kommen voran. Wir gehen schon eine Ebene nach oben. Okay, ich habe ihn gerade. Das heißt, ich muss hier wirklich nicht mehr Momentum-Anko für nutzen. Okay, bald. Bei einer größeren Gegner Menge. Ah, Muni? Ähm... Muni? Da komme ich so nicht hin. Ah, hallo. Ich mache jetzt mal eine Ebene nach oben. Der macht jetzt auch nicht so Fischer. Ja, ich weiß nicht. Ich mache jetzt mal eine Ebene nach oben. Ähm... Wie komme ich jetzt auf die andere Seite? Aha... Aha... Ah... Aha... Ja... So. Okay... Cooler... Ähm... Wir gehen schon weiter. Ich stümme jetzt auch. Ahhhh... Ahhhhh... Wie viele stöpende Kloner sind da? Ahhhhh... Oh nooo! Das ist der Scheißstein, ne? Es steht ein Scheißstein und er blockt mich, die Scheiße. Naja, Scheiße, ich mach ihn mal eben erst weg, bevor ich mir die Waffe gönne. Ja, mit dem Teil bin ich natürlich ein bisschen langsamer, aber... Woher muss ich denn jetzt hin? Überhaupt. Komm, hier geht's nicht weiter, wir müssen hier... Ah, ha. Hier runter sieht gut aus. Ausgeburt. Ah, fucks my life. Destruction and chaos! Wow! Wish I had a third hand for my other gun! Oh yeah. Do not fail me, clones! How can this be? Clones attack! Heads up! More splody, guys! Badaboo! Be careful! We just had the suit cleaned. Woohoohoo! Now that was a whole lot of foe! Oh my god, here come more! Safety foe! Okay, so macht das doch gleich viel mehr schoass. Waffe ist leer! Waffe ist leer! Aber da war noch einer, oder? Dann schweißt du schon die Spawn. Schade! Okay, ich hab grad gesehen, da ist noch einer, aber ich hab das, dass die die wir vorher mitgeschmissen haben. Ey, das ist so dumm! Ballern, ballern, ballern ey! Ich komm doch nicht hinter an diese scheiß Bastarde ran! Mann ey, ich muss nur erst die Fancampe ausschalten. Weil die sonst immer mich von hinten total zerficken. Okay, ein bisschen regenerieren, ein bisschen regenerieren. Das ist so ein Fancampe-Bastli. Das ist doch schon der minion generieren. Wie gesagt, wir haben jetzt so auf diesen Momentum angegift. Was war ein sehr gutes Upgrade. Hallo, ich hab doch Telefotiert Hohohoholla Lass mich, lass mich, lass mich Lass mich, lass mich, lass mich Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe Weg, 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 weg Regeneriere doch, Junge! Ah fuck, ich hab mich getroffen Ah, hier kann ich wieder nicht runter. Geil! Boah. Yes! Oh, Alter, wir... Oh, shit! Oh, oh, no. Okay, Leute... Jetzt muss ich mir kurz raus in das Menü. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Folge. Das war echt, 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 echt krass. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi!